Warum fordert die Ukraine mittlerweile Leopard 2 nicht? Leopard 1 wie im Frühjahr. KMW hätte 88 Stück Leopard 1 A5 bereit gemeldet. Andere Staaten hatten Ringtausch angeboten. Ich glaube, die wollten von Anfang an auch Leopard 2. Die wollten schlicht und ergreifend alles, was sie bekommen konnten. Jetzt ist es natürlich so, dass jetzt inzwischen klar wird, dass die Bundesregierung mit ihren Ausflüchten, man wolle keinen Alleingang machen, dass sie damit, dass das Ausflüchte sind. Die USA haben längst erklärt, ihr könnt Leopard 2 liefern und wenn man Leopard 2 liefern kann, dann ist er natürlich besser als Leopard 1, wenn die Wahl dazwischen besteht. Leopard 1 besteht die Wartungsinfrastruktur über ganz Europa. Man kann über Nacht eine riesige Menge Ukrainer daran ausbilden, weil eine Vielzahl an Staaten den Leopard 2 haben. Ich werde jetzt ein paar Fehler machen, aber Belgier hatten, glaube ich, hatten die welche? Ich glaube nicht. Aber Niederländer nutzen sie, Deutschland nutzt sie, Tschechien nutzt sie bald, Ungarn nutzt sie, Slowenien soll, glaube ich, welche bekommen. Die Griechen haben ihn, die Spanier haben ihn, die Norweger haben ihn, wenn mich nicht alles täuscht, die Schweden haben ihn de facto auch. Und jetzt habe ich wahrscheinlich noch drei, vier, die Polen haben ihn natürlich. War nicht irgendwas mit Rumänien auch? Also der ist in ganz Europa verbreitet. Das heißt, wir haben in ganz Europa Armeen, die daran ausbilden können. Wir haben aber auch in ganz Europa Infrastruktur, was Ersatzteile und was Wartung angeht. Der Leopard 2 ist der Panzer, den die Ukraine geliefert braucht, weil der M1 Abrams keine gute Wahl ist. Besser als nicht, sicherlich, aber es ist keine gute Wahl. Das heißt, sie fordert Leopard 2, weil jetzt eigentlich die Bundesregierung keine Ausflüchte haben sollte. Ich hoffe, das Video war interessant für Sie. In diesem Fall möchte ich Sie herzlich dazu einladen, nicht nur diesen Kanal hier zu abonnieren, sondern auch meine anderen Präsenzen, im Besonderen natürlich den Hauptkanal Militär und Geschichte mit Horsten Heinrich. Die Links dazu finden Sie in der Beschreibung. Bis bald und auf Wiedersehen.